Soll der Eid und Zaren hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Sie können Fägeler nicht finden. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann... Jetzt suchen Sie ihn! Sollten Sie Berlin verlassen. Arat! Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's nun weiter? Ja, ist das einfach wahnsinnig geworden. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Parat an meiner Person! An meiner Person!